Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und wir haben heute so ein bisschen was wie ein Jubiläum, denn wir haben heute Einloggtag 50. Yay, 16 Diamanten bringt uns das nochmal nicht schlecht, Herr Specht. Wir sind wieder auf 150 Diamanten hoch, das ist doch mal ein nettes Sümmchen hier, würde ich sagen. So, schauen wir mal. Belohnung, nee, danke. 400.000, äh, 400.000, 4.000 als Stahlbusche, 40.000 habt ihr wieder gezüchtet. Wow, so, äh, nee, Japan möchte ich gerade nicht reiten. So, wir müssen jetzt erstmal schauen. Ah, wir haben Diamanten bekommen, und zwar 8 Stück, nehme ich mal wieder an. Ja, genau. Und wir haben eine Perle bekommen. Ich hätte gerne eine Rubin. Ich muss mal gucken, ähm, was wollte ich mir denn an Deko nochmal kaufen? Reichen da vielleicht die Diamanten, um das einzutauschen? Ich wollte gerne die große Kuckucksuhr haben. Da brauche ich zwei Saphir und sieben, äh, von den, genau, da brauche ich 45 Diamanten kommen. Das mache ich jetzt, weil die ist so hübsch und, ähm, ja. Ja, ich will mich nicht wieder darüber ärgern müssen, dass ich irgendwas verpasst habe zu bauen, was ich eigentlich gerne gebaut hätte. Und ich würde sagen, die stellen wir hier hin. Oder stellen wir die Kuckucksuhr zum Bahnhof. Dass man hier so, halt die Uhrzeit angezeigt bekommt, wenn man zum Bahnhof will. Das ist vielleicht auch eine Idee. Was haltet ihr denn davon? Ich stelle jetzt tatsächlich, aah. Ach, ernsthaft? Uppala. Die macht echt diese Geräusche. Warte mal, ich muss die nochmal aufstellen. Aber vielleicht stelle ich sie auch doch da hin. Oder hier hin? Oder hier unten hin? Hier unten hin wäre auch eine Idee. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder da hin? Oh, oh. Kuck, 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 kuck. Ach, die ist cool. Ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal da. Dann macht sie sich doch ganz gut. So, also. Was können wir hier alles machen? Wir missten erstmal aus bei unseren beiden kleinen Folies. So, Nummer 1. Nummer 1. Na, 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 na. Roma, Roma, Ri, Bri, Amore Mio. Kennt ihr das? Kennt ihr die, ähm... Erstmal, also erstmal kennt ihr Matze Knob, den Komiker. Der macht ja auch immer jetzt den Tuchel nach, den neuen Trainer von Borussia Dortmund. Davor hat er den Jürgen Klopp nachgemacht, den Kloppo. Und er hat eben auch mal Luca Toni nachgemacht, zu dem Zeitpunkt, wo Luca Toni in Bayern gespielt hat. Ja, und da hat er eben so eine Verarsche gemacht, wo er alle möglichen Wörter, die eigentlich überhaupt nicht japanisch, was ist denn los, die überhaupt nicht italienisch sind. Aber einfach mal so, wie man das quasi so veräppelungsmäßig halt macht, dass man halt eine O einfach nur dranhängt. Was hat er da gemacht? Ach, schön. Wobei Nummero Uno stimmt ja sogar für Nummer Eins. Das passt ja sogar. Haben wir auch ab und an schon mal in unseren Streams gespielt, das Lied. Ähm, ich find's immer wieder lustig. So. Zack, 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 zack. Shiva bekommt erstmal wieder einen Riesenhaufen Äpfel. Wenn du mir dick wirst, Mädel, du beschwerst dich nicht, ne? Du pisst die Äpfel. Oh, es ist ja cool. Jetzt macht ihr das immer wieder. Au. Au. So, also hier hinten können wir Obst einsammeln. Stellen wir direkt mal wieder Neues her. Hier haben wir drei Gebäude wieder auf. Oh, eine Aufgabe haben wir abgeschlossen. Jawohl. Cool. Besitze zwei Fruchtmischer der Stufe 4 in Füssen. Ja, cool. Sehr nice. Und eine Tagesaufgabe haben wir nicht abgeschlossen. Noch nicht. Ernte sieben Äpfel. Das werden wir gleich noch schaffen. Äh, ja, der Rest ist dann schon wieder eher schwierig. So, dann machen wir auch noch nie. Wir haben keine Äpfel mehr dafür. Äh, das machen wir. Das machen wir. Und Kirschkuchen haben wir nicht mehr genug Kirschen für. Das kriegen wir auf die Reihe. So. Kirschkuchen. Bauen wir von allem etwas an. Wir stellen uns breit gefächert auf. Jedes Pferd bekommt, wie was es möchte. Keins muss Hunger leiden, wenn es gleich ein bisschen schnuckig ist und nicht alles frisst, was in den Trog kommt. So. Zack. Äh, so, hier machen wir auch direkt weiter. In unserem Zelt. Wie sieht es da aus? Ha, wir haben, wir haben zwei Brezeln bekommen. Zwei von 20. Ja, coole Sache. Coole Sache. Das wird doch langsam richtig toll hier. So, senden. Eine Weißwurst haben wir bekommen. Das heißt, wir sind jetzt auf sieben, beziehungsweise gleich bei acht. Aha. Sehr schön. Zack. Äh, Senf haben wir leider keinen bekommen. Der Senf ist irgendwie ein bisschen mangelbarer, habe ich so das Gefühl. Wobei ich überhaupt nicht weiß. Also ich habe selber noch keine Einladung gesehen. Deswegen muss ich erst mal gucken, wie das überhaupt geht. Ja, äh. Aber die Hälfte immerhin haben wir eigentlich schon gut fertig, auch wenn wir uns das hier anschauen. Gucken wir mal wieder ins Quiz rein. So. Im Mittelalter war ein Destrier ein Pferd mit dem Zweck Krieg und der Haltung Reiten. Das weiß ich absolut nicht. Eigentlich hatten Pferde im Mittelalter doch nur Krieg und Reiten. Und der Haltung wusste ich jetzt nicht hin. Ich sag mal Krieg. Yay. Da würde Michelle stolzer nach mich. Der kennt sich besser im Mittelalter aus. Jetzt würde er mich hauen, wenn er das hören würde. So. Welche Spielerstufe benötigst du, um die Pferde-Oase zu errichten? Das war 15. Yay. Eine Brezel. Wie viele Äpfel erhältst du im Spiel, wenn du den Apfelbaum erntest? 4, 3, 5. Ich glaube 4. Jawohl. Und eine Weißwurst haben wir auch noch bekommen. Da ruft der Kuckuck wieder. So. Ja. Jetzt haben wir 14 Brezeln, 10 Weißwürste und 8 mal Senf. Das sieht auch schon richtig gut aus. Wir sind absolut auf dem richtigen Wege. So. Snowhoof bekommt jetzt noch eine Ladung Soja. Zack, zack. Wunderbar. Oh, der ist so hübsch. Der ist so hübsch. Der ist so schön. Die Fredericksburger sehen ähnlich aus, finde ich. Da ist so eine leichte Gemeinsamkeit zu sehen. Ja. Kleine Maus. Unsere kleine Ocean hier. Wird jetzt auch Level 5. Wird auch erwachsen. Dann können wir jetzt versuchen, einen reinrassigen Württemberger zu züchten. Das ist doch auch mal was wert hier. Juhu. Cool, cool. So. Ähm. Ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt den Zuchtversuch, oder? Ja, doch. Einmal Peter Pius. Einmal, okay. Die haben, standardmäßig haben die Silber mit Schleifchen auf Ausdauer und Bronze auf Springen. Was haben wir hier? Genau das. Genau das. Und hier hätten wir einen, der Ausdauer mit zwei Schleifchen hat. 24% ist die Chance, den zu bekommen, den besseren. Vielleicht haben wir ja Glück. Glück. Leider nein, leider gar nicht. Ja gut. Dann wird das ein Kandidat, den wir direkt verkaufen werden, wenn wir soweit sind. Oh, haben wir noch so viele Müsli-Regel für Schieber? Ne, haben wir nicht mehr. Muss hier nochmal nachgucken. Wir machen jetzt erstmal einen Abstecher nach Montana. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Züchten noch ein Stückchen weiter. Aber ich stehe ja eh schon wieder vor einem Platzproblem hier. Es wird einfach nicht, äh... Äh, ich, ich, ich kriege einfach irgendwie hier nicht mehr Platz rein. Weil sobald ein neues Land verfügbar ist, züchte ich da auch direkt schon wieder die Boxen alle voll. Das ist, äh, schrecklich. Aber ich bin mir sicher, dass euch das auch so geht und mit Leidensgenossen zusammen ist es doch direkt... Huh, Izzy hat Level 12 erreicht. Mit Leidensgenossen zusammen ist es doch direkt nur noch halb so schlimm. So, kriegen wir Diamanten? Nein, wir kriegen achtmal grünes Futter. Können wir jetzt wenigstens Izzy füttern damit? Nein, toll. Oh, ein Humbug hier. Zack. Aber jetzt können wir das einsammeln. Haben wir hier noch ein Pferd mit Level Up? Das ist hier die Frage. Kowu hat auch ein Level Up. Gut, dann gucken wir mal bei Kowu vorbei. Hey, Level 14. Kriegen wir denn von Imi Diamanten? Ich finde es immer noch schade, dass er nicht das Goldene, die Goldene Geschwindigkeit mit zwei Schleifen bekommen hat. Münzen. Ja. Davon habe ich schon so viele. Die würde ich doch schon gerne abgeben. Gibt es doch nicht hier. Das gibt es nicht. Oh. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal da. Unser Pferdchen ist schon groß geworden. Wuppala. Unsere kleine Mini. Ganz, ganz knapp habt ihr sie groß gepflegt. Sehr cool. Das heißt, dass wir heute direkt weitermachen können mit dem Shetty veredeln. Besser kann es ja gar nicht laufen. Sehr, sehr schön. Simba schicken wir auch direkt wieder trainieren. So. Ja, und hier können wir grünes Futter ernten. Dann hätte ich easy rein theoretisch auch füttern können. Aber wurscht. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, wir züchten mit Teddy und mit Mini. Die beiden haben jetzt Teddy weiterentwickelt. Mini von vornherein. Ausdauer in Bronze mit einem Schleifchen und springen Silber mit Zweien. Das hier kann nur dasselbe werden. Ist hier Ende der Fahnenstange. Das wäre ja jetzt ärgerlich. Können wir nicht noch seltener züchten? Muss ich mal reinschauen. Das ist schade. Macht nichts. Okay. Dann sind wir hier auch erstmal schon mal wieder durch. Können wir hier noch irgendwas anbauen, was sinnvoll wäre? Möhrchen. Was haben wir noch? Ja, ich glaube Möhrchen wären ganz... Bauen wir nochmal Möhrchen an. So. Möhrchen haben wir schon lange nicht mehr angebaut. Selbst wenn wir zu viele Möhrchen haben, die bringen wenigstens auch viel beim Verkauf. Okay, sie kosten auch am meisten. So. Noch welche. Noch welche. Noch welche. Noch welche. Und noch welche. Gut. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann geht's zurück nach... Nach Frankroisch, Frankroisch. Geht's nach Deauville. Guckt mal mal, was da auf uns wartet. Abgesehen von der reichen Apfel- und Honigernte. Und jede Menge... Ach ja! Stimmt, 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 stimmt. Ich hab ja das Haupthaus aufgewertet. Haha. Aber erstmal wird hier die Weide abgeäppelt. So viel Zeit muss sein. Die muss ordentlich aussehen, wenn wir hier das neue... Das neue Bauernhaus enthüllen. Was den Namen Bauernhaus überhaupt nicht verdient hat. So. Hochherrschaftliches Gestütsanwesen. So nennen wir das Ganze jetzt. Erfolg abgeschlossen. Besitze ein Bauernhaus der Stufe... Oh, pardon. Besitze ein hochherrschaftliches Gestütsgebäude der Stufe 5 in Deauville. Wunderbar. Schön. Nehmen wir da nochmal ein bisschen mehr Geld mit ein. Und den Erfolg haben wir auch abgeschlossen. Dafür bekommen wir nochmal 8 Diamanten. Und zusätzlich nochmal 30... Ne, 300 Erfahrungspunkte hat das jetzt gebracht. Guck mal, wir gehen noch... Oh, schon wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Stimmt. Die Apfelernte. Die Tagesaufgabe. Ja, wir gehen noch echt mit großen Schritten auf Level 29 zu. Also ich kann mich nicht beklagen. So. Honig können wir auch noch wieder einsammeln. Wunderbar. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, was ich gestern eigentlich hier züchten wollte. Hehe. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Wir können hier ernsthaft nicht ein einziges Pferd aufwerten. Okay, wir könnten hier zwei, ähm... Zwei füttern. Aber das mache ich jetzt nicht. Die schicke ich direkt auf die Wiese zum Trainieren. Außer Paulinchen. Paulinchen wollte ich ja in die Oase bringen. Da kann sie sich jetzt ein bisschen ausruhen, ein bisschen sich rundmampfen, so. Genau. Wir hatten irgendwas mit dem Friesenversuch zu züchten. War das Friese und Württemberger durch Zufall? Hä? Verkauf? War das... War der Jütländer? Ich hatte versucht, den Jütländer zu züchten hier. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, Jütländer. Württemberger und Friese. Genau. Das war das, was ich versucht hatte zu züchten. Das heißt, wir besuchen... Amy wieder. Ich müsste auch mal bei euch gucken, ob jemand von euch vielleicht einen tollen Württemberger Hengst in der Box hat. der bereit wäre, mir vielleicht mit Bella Rose zusammen einen Jütländer-Fohlen zu schenken. Aber solange starten wir Makin nochmal einen Beruf ab. Beruf. Besuch. Es ist... Was ich manchmal labere. Ich meine... Wir wissen alle, dass ich viel Blödsinn erzähle, wenn der Tag lang ist. Aber dann... Also heute ist ja richtig schlimm. So. Ja. Wir versuchen es mal. 26% Chance auf den Jütländer. Ah, schon wieder so knapp der Friese. Das ist doch nicht wahr. Das gibt es doch nicht hier. Ähm. Das beschleunige ich mal ein bisschen. Weil ich wahrscheinlich morgen nicht... Äh, früher als nur 11 Stunden... Vom jetzigen Zeitpunkt an aufnehmen werde. Nee, gar nicht wahr. Ah, früher als 24 Stunden. In 11 Stunden wäre er so oder so fertig gewesen. Ja, macht nichts. Macht nichts, macht nichts. So. Bleibt nur noch unsere Zucht dann... Nee, also was heißt, bleibt nur noch? Aber ich schicke mir erstmal noch alle trainieren. In die Oase schaue ich heute nicht rein. So, und dann bleibt nämlich wirklich nur noch... Ähm... Der Versuch der reinrassigen Württemberger Zucht in Füssen. Schauen wir mal, ob es klappt, ob es funktioniert, ob wir damit erfolgreich sind. Und... So... Ach, hatten wir ja schon versucht. Ich wieder hier. Ich bin eine Pappnase. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ihr sagt das heute schon zum zigtrillionsten Mal. Aber ich bin ja auch noch eine Pappnase. Ist ja auch so. Ach, ein Snowhoff hat einen guten Geschmack. Ich liebe Kirsch. Ich esse unheimlich gerne Kirschen. Aber auch immer einen eigenen Kirschbaum gab es im Garten. Aber da war leider keinen mehr von. Ja, Müsliriegel haben wir gerade keine. Das heißt, Shiva kommt ebenfalls auf die Weide und kann da ein bisschen mit Snowhoff rumtoben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Morgen geht's weiter. Und dann starten wir weitere Zuchtversuche. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal mit meinen Wunschrassen. Und wir nehmen langsam aber sicher Level 29 in Angriff. Und das ist mir momentan sogar das Wichtigste. Denn... Denn... Dann kann ich zum Beispiel die Weide hier aufhören. So, dann verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Und bis morgen. Tschüss!